Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd von Saxbrick und von eurem Saxophon-Channel hier auf YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut. Die letzten drei Videos waren Teil einer Serie über Improvisation. Wir haben uns mit Motiven beschäftigt. Vielleicht habt ihr auch die Videos verfolgt oder habt sogar mitgemacht, habt geübt. Habt euch vielleicht die Materialien runtergeladen, habt da ein bisschen mitgearbeitet. Das war nur ein Vorgeschmack auf jeden Fall. Ich wollte euch damit demonstrieren, wie ich so arbeite, wie ich unterrichte. Und wenn euch das Thema Improvisation interessiert, dann gibt es jetzt ein ganz gutes Angebot für euch. Ihr könnt auf die Seite mai.saxsvideotraining.com gehen. Hier unten findet ihr den Link. Und dann findet ihr ein Angebot für den Impro1-Kurs. Den gibt es jetzt für ein paar Tage zum Sonderpreis. Das ist eine Art Neueröffnung. Das ist immer noch derselbe Kurs, also mit denselben Inhalten. Aber es kommen ein paar Sachen dazu. Also ich werde mit eurem Feedback arbeiten, wenn ihr in dem Kurs seid. Ich werde euch immer wieder ein bisschen interviewen und fragen, was ihr noch verstärkt lernen wollt. Oder was euch da, in welche Richtung ihr weitergehen wollt. Und dann werde ich dazu zu euren Themen, zu euren Zielen noch ein bisschen, ja noch weitere Module und Lektionen auch machen. Und es werden auch ein paar Veränderungen im Kurs gemacht. Also es kommen ein paar Lektionen dazu. Genau. Ein paar Zusatzmaterialien zum Lernen. Also wenn ihr interessiert seid an diesem Angebot, dann klickt unten auf den Link. Direkt in der Beschreibung oben findet ihr das. Und dann könnt ihr bis Sonntag um 22 Uhr, könnt ihr dieses Sonderangebot kaufen. Wenn ihr Lust habt. Genau. Und ja, das ist, danach gibt es den Kurs natürlich auch weiter, aber zu dem Normalpreis wieder. Ja, okay. Gut, dann, ja, freue ich mich, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns vielleicht im Impro Basic Kurs und lernen zusammen ein bisschen Improvisieren. Ja, alles klar. Dann bis bald. Macht's gut. Erwärmt. Ciao. Ciao.